Das sind Einschussspuren von einem Projektil und wir sind hier im Panzermuseum Munster und das ist ein Jagdpanzer Panther V mit seiner riesigen Kanone. Man sieht das hier, abgeschrägte Panzerung und vielleicht war das der Grund, warum dieser Panzer heute hier noch stehen kann, weil die Dicke, die durchdrungen werden musste, natürlich höher ist aufgrund der Neigung und die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschosse wegprallen, ist natürlich deutlich höher, wenn die Panzerung geneigt ist. Hier vorne sehen wir das Maschinengewehr und hier den Prismenspiegel, die Beleuchtung, absoluter Top-Zustand, auch wieder die kompletten Details, Kettenglieder und wirklich ein krasser Zustand.